Wo sind wir stehen geblieben? Das hier hatten wir, ne? Oder? Das ist die nächste, oder? Geisterjagd ist die nächste? Ich weiß auch nicht. Erstens einfach reingehen. I guess. Wie lange dauert dieses Intro-Ding? Ich meine, das ist ein bisschen cool, aber ich habe keine Geduld. So. So. Der sieht doch aus wie wir! Da gehen wir hin! Hi, da ist er! Wir laufen dem einfach mal ein bisschen hinterher. Was hat der denn an? Stay high, als hätte ich Wings. Wir können den hier super gut, äh... Na, können wir nicht, weil es wird ihm auffallen. Boah, ich würde mich gerne umziehen eigentlich erstmal. Let me check. Ja. So. Erkennen die mich jetzt noch? Absolut. Die erkennen mich jetzt genauso sehr wie vorher. Perfekt. Noch mehr als vorher. Chillig. Das heißt, der kommt jetzt nochmal hierher zum Kotzen. Und dann kann ich den ja überwältigen und... auch da runterwerfen? Ich glaube, da passiert ja nichts. Hii, Mama, ich habe gekotzt, äh. Mir ist schlecht, äh. So. Dann können wir uns jetzt verkleiden wie der Dude hier. Ich weiß nicht, warum wir uns die Tarnung holt haben. Das hat sich legit null gelohnt. Das war super, einfach nur super fucking unnötig. Okay, komm ich da vielleicht von der Seite hier rein? Ja, ich glaube, von da soll ich reinkommen. To fist you first? Bro. Chill. Ich fall gar nicht auf. Ich kann ganz normal durchlaufen, tatsächlich. Perfekt, hier können wir rein. Der schwierigste Teil von dem Ganzen ist, sich die Leute umzubringen, um zu diesem blöden Fotoshoot zu kommen. Superschwer. Alright, wir sind hier. Hallo. Was ist denn hier los? Auf einmal ganze Gruppe. Die wärmen sich auf. Alibi aufwärmen vom Joggen. Das ist die Person, die ich töten muss. Da. Jetzt war ich raus, holen den Kopf, schießen, chatten. Nehmen Sie am Fotoshooting teil. Habe ich auf die Brüste geschaut? Meine Augen sind hier oben. Ah, so ein Security Team kommt auch mit. Ja, Fick. Wollen wir kicken, aber das bringt halt nichts. Das... Ich habe nichts dabei. Seht ihr, chatten? Ich habe die Sachen versteckt. Weil ich mitdenke. Weil ich mitdenke, chatten. Weil ich zugehört habe und mitdenke. Ausnahmsweise zugehört und mitgedacht. Alles beides. Weißt du, was ich nicht mag? Dein Gesicht. Cool. Cool, 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 cool. Keine Haustiere. Okay, chillig. Yes. Ich denke, ich verstehe. Excellent. In diesem Fall sind wir hier fertig. Hey. Hm. Einfach alle töten? Er würde dir ja an den Rand folgen. Let's try that. Komm mit. Ja, put, 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 put. Ja, put, 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 put. Ja, komm. Ja, komm hierher. Ja, komm. Wiederschauen. Und reingehauen. Da links. Ich hatte es vorhin versucht, die da hinzulocken, aber da wollte er ja nicht mit da hingehen. Das war unauffällig. Wie komme ich hier weg? Hey, Jungs. Ich gehe nochmal wieder. Oh. Tschüss. Ich gehe gar nicht hier runter? Irgendwie. Ich will hier runter. Ich will runter. Ich will runter. Kann ich da klettern? Ja. Jaas. Jaas. Hui. Feuerwehrleide. Hui. 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 Jaas. Queen. So. Dann gehen wir da weiter. Nächste Mission. Fünf Sterne. Wieder reizen. Kassel. Wie hier. Hä? Was ist denn jetzt los? Er lebt wieder und kotzt schon wieder? Who are you? I am you. You are me. Aber das ist ja voll dumm. Ne, mehr. Okay. Okay. But even more interesting. He may have seen a picture of the Maelstrom in the Hideout of the Street Gang, known as the Crowks. That picture would be very helpful to our cause. Alright. Kann ich hier rein? Da darf ich rein. Cool. Da runter. Hier sind halt super viele, die mich erkennen. Das macht es halt sehr knifflig. Okay, ich glaube, ich muss hier durch. Hm. Okay, ich habe leider kein Dietrich. Das ist halt super belastend jetzt. Kann ich jetzt hier durch, maybe? Nice, wir konnten hier wieder durch. Sorry, kann ich da durch? Bro? Kann ich hier da durch? Ich würde gerne durch die Tür einfach, ja? Ich wäre einfach gerne durch die Tür gegangen. Das war das Problem. Es ist aber okay, kein Ding. Na, egal. Dann können wir hier lang zum Babi. Hi, Jungs. Ich gehe wieder. Tschüss. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, tot. Och, Mann. Ach, nö. Ich habe das letzte Mal gespeichert vor fünf Minuten. Ich renne aber weg. Kann ich in eure Gruppe rein? Einfach runtergetaucht auf einmal. Vielen Dank. Thanks. Und Wolf X, denke, für die vier Monate. Hier wäre sogar noch mal ein Schlüssel gewesen. All right. Soll ich aber mal machen? Welcher? Ach, der hier. Oh, jetzt habe ich den falschen. Jetzt muss ich erst zu einem anderen Kunden bedienen. Ich werde dich. Danke. Er mag mal eine Rasur. Hallo. Geht der Typ auch mal raus? Geht der Typ auch mal raus? Welcher war es? Der hier. Kommen Sie rein. Wenn Sie eine freshe Frisur haben wollen wie ich. Okay, dann muss ich den jetzt töten. Aber irgendwie unauffällig, I guess. Weißt du, was ich in der Ehe fühlen kann? Ich kann fühlen, dass du keine Luftröhre mehr hast. Äh. Oh, wir haben noch ein Target. Letzte Mission jetzt. Habe ich da rein? Okay. Ist kein Ding. Aber ich glaube, ich decke gerade die Story-Mission auf. Die Story. Vanya Shah is eager to meet the new Foreman of the Mumbai Laundry business. However, the Foreman has taken refuge in his office. Unwilling to meet with her at this time. Okay. You might be able to use this to your advantage, 47. Okay. Boah, wie komme ich denn da rein? Boah, er ist super risky hier gerade. Wo muss ich jetzt hin? Drei Meter. Ich muss hier rutschen da rein irgendwo. Ich glaube, ich bin vorbeigelaufen, oder? Oh Gott, da kommt jemand. Ah, laufe ich mal in der Nähe. Sieh mich nicht. Alles gut, alles cool. Alles chillig, alles cool. Komm, lass das hier probieren. Bürolicht. Bürolicht ausgeschaltet. Kommt der jetzt hoch? Jetzt falle ich nicht mehr auf. Oh nein. Jetzt kommt noch einer hoch. Oh nee. Oh Gott, es klingelt. Ich hätte das Licht viel früher anschalten sollen wieder. Ich glaube, das wird jetzt tatsächlich... Das war halt jetzt natürlich der Trick, ne? Das war jetzt tatsächlich die Idee. Ja, wir können doch einfach weg... Hallo, darf ich da rein? Ja, cool. Gut, danke. Hi. Ich glaube, hier werden die Sachen echt sauber. Ja. Hier wird es echt sauber. Ich kann die einfach entlassen. Ja, ich kann die Leute einfach entlassen hier, chillig. Willst du noch arbeiten? Nein? Cool, chillig hier. Die wollen Feierabend haben, die armen Jungs. Achso, hier soll ich... Hm, die soll ich töten. Die soll ich töten. Alright. Schubsen. Ich will sie töten, ich will nicht mit ihr reden. Ich kann schubsen, aber... Ich glaube, da zu schubsen bringt gerade legit nicht so viel. Können wir jetzt hier... ...ne Münze werfen. Ein Unfall. Das war ein Unfall. Das kann doch nur Star Wars Musik sein, oder? Bei Star Wars gibt es aber Sterne. Chad! Achtung. Oh, zwei! Ah, wieso so wenig? Ach, Hitman ist immer toll. Ich muss sagen, ich finde es ist... Ups, das wollte ich nicht machen. Alt F4. Ich finde es sehr nice, dass wir momentan mehr Gaming machen. Ich muss sagen, dass ich es doch sehr enjoy. Ich bin ein Firmgun, Shooter mit Lime. Das ist immer 3,5, ich schieß nicht vorbei, vorbei, vorbei. Wir fielen sieben, als du weinst du bist so los. Können wir Arbeit mit den Mord, yeah, yeah, yeah.